Wie geht es nach dem Einsetzen einer Schulterprothese nun weiter? Man hat operativ ein Gelenkersatz, das oft jahrelang nicht mehr gut funktioniert hat. Das heißt, die Muskeln rundherum müssen ihre Kraft wieder erlangen, müssen sich wieder an die Beweglichkeit gewöhnen. Hier verbraucht es Therapie, Kraftaufbau und ein bisschen Geduld. Wenn das alles gut geheilt wird, gibt es im Prinzip drei große Sorgen. Die größte Sorge ist, dass durch vermehrte Bewegung Teile sich abnutzen, respektive Teile sich lockern. Das kann so weit führen, dass 10-15 Jahre nach dem Einsetzen der Prothese ein Teil oder mehrere Teile gewechselt werden wollen oder müssen. Typischerweise ist das Teil des Schulterblattes und nicht des Oberkopfes. Die zweite große Sorge ist, dass im Rahmen von all diesem Metall, all diesem Fremdmaterial, das eingebaut werden muss, Bakteriens als besiedeln und da sie dort unabhängig und weit weg vom Immunsystem sind, einen Infekt produzieren können. Auch das kann dazu führen, dass die Prothese entfernt werden muss, der Infekt dann saniert wird mit Antibiotikum und eine neue Prothese nachher erst eingesetzt werden kann. Die dritte große Sorge ist, speziell da das oft bei Patienten im fortgeschrittenen Alter ist, man einen Arm hat, der zu einem gewissen Teil mit Stahl verstärkt ist und normalen, respektive vielleicht schon weichen Knochen am anderen Ende hat. Wenn man nun stürzen möchte und just an dieser Stelle prallt, wo es keine Stahlverstärkung mehr hat, ist es möglich, dass gerade hier eine Fraktur entsteht, die nicht nur den Knochen betrifft, sondern auch die Prothese lockern kann und dann zu einer aufwändigen Reoperation führt, wo sowohl die Fraktur behandelt werden muss, als auch die lockere Prothese.